Wir kommen in diesem äußerst günstigen Ford Transit Kastenwagen 290 L2 H2. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismann. Sie sehen hier einen 2,9 Tonne LKW Kastenwagen mit einer maximalen Nutzlast von 800 Kilo. Durch den Frontantrieb ergibt sich ein Ladevolumen von 10 Kubikmeter. Die Außenspiegel sind sehr groß und übersichtlich. Der Wagen hat Doppelflügel-Hecktüren und eine Schiebetür rechts. Durch die hohe Schiebetür ist er leicht zu beladen. Zu den 15 Zoll Sommerrädern gehört noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Auf dem Beifahrer-Doppelsitz können bequem zwei Personen sitzen. Der Laderaum ist riesig groß. Für Ihre Sicherheit stehen Airbag und ABS und ESP parat. Heizung und Lüftung funktionieren sehr gut. Das Radio mit Bluetooth bietet auch einen USB-Anschluss. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Vielseitig, praktisch und kostengünstig. Das ist Transit. Bei Verwendung einer Anhängerkupplung kann dieser Transit 2,7 Tonnen ziehen. Der Motor ist schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Einfachprobe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.